In diesem Video erkläre ich Ihnen, wie ich diesen coolen Schneefall mit einer kostenlosen Partikelsimulation zusätzlich in mein Videobild hineingezaubert habe. Viel Spaß! Ich bin Thomas Wagner von der Filmpraxis. Um die Software kostenfrei herunterzuladen, besuchen Sie am besten unsere Webseite www.filmpraxis.de. Dort gehen Sie auf den News-Blog, wo unser Team immer aktuelle Neuigkeiten für Sie zusammenfasst. Und hier finden Sie unter dem Datum 26. Juni 2020 den Hinweis auf die Boris Particle Illusion. Wir haben hier drei Links zusammengefasst. Da geht es zum einen zum Blogbeitrag, zu Infos über das Produkt selbst und zu Videos, die die Software erklären. Um Sie jetzt herunterzuladen, klicken Sie hier auf Download Software. Dann kommen Sie auf die spezielle Seite. Und Boris Particle Illusion gibt es für den Mac und für Windows. Sollten Sie noch kein Benutzerkonto angelegt haben, dann werden Sie dazu aufgefordert. Ich bin bereits eingeloggt, deswegen kann ich die Software mit Download Now direkt herunterladen. Der Download ist abgeschlossen. Hier in Chrome finde ich hier unten den Hinweis darauf. Ich kann auch in den Download Ordner gehen. Dazu drücke ich STRG-J. Dann öffnet sich der Download Ordner. Das gilt, soweit ich weiß, für fast jeden Browser. Und hier kann ich jetzt die Software direkt ausführen. Ich mache das jetzt mal zusammen mit Ihnen, damit Sie sehen, was passiert. Ich klicke hier auf Ja. Hier akzeptiere ich die Lizenzvereinbarungen. Hier möchte Boris FX einige Daten von Ihnen haben. Da kommen Sie nicht drumherum, denn wenn Sie einfach auf Next klicken, gibt es eine Fehlermeldung. Geben Sie hier Ihre Daten ein. Wenn Sie nicht möchten, dass die Software anonym Daten an den Hersteller schickt, dann deaktivieren Sie hier diesen Haken. Und dann klicken Sie auf Next für Weiter. Hier können Sie noch ein anderes Verzeichnis wählen, wenn Sie das möchten, für die Installation. Ich bestätige das Ganze hier wieder mit Next. Und jetzt wird die Software installiert. Ich kenne sie selbst noch nicht, deswegen bin ich selbst ganz neugierig und auch gespannt darauf. Das Setup ist jetzt zu Ende. Ich klicke auf Finish. Und jetzt kann ich die Software starten, zum Beispiel, indem ich jetzt hier auf den Windows-Knopf klicke und hier oben einfach Particle Illusion Standalone auswähle. Und jetzt kommt hier ein wichtiges Fenster, wie ich finde, denn der Hersteller bietet Ihnen an, noch zusätzliche Partikelvorlagen herunterzuladen. Und das sollten Sie natürlich auf jeden Fall machen, denn dann haben Sie über 2500 Elemente, die Sie einfach so nutzen können. Klicken Sie dazu einfach hier auf Download. Dann kommen Sie wieder auf die Webseite, die Sie bereits kennen. Und hier wählen Sie zwischen der Mac und der PC Windows-Version. Auch hier starte ich jetzt die Installation. Und wenn diese beendet ist, dann kann ich mich über jede Menge weitere Elemente freuen. So, das war's. Ich klicke auf Finish. Sollte bei Ihnen auch jetzt bei mir die Software noch offen sein, dann schließen Sie diese einmal kurz. Und starten Sie die Particle Illusion Standalone Version noch einmal neu. Und jetzt fällt schon auf, dass ich jetzt hier deutlich mehr Verzeichnisse sehe. Das liegt einfach daran, dass ich eben dieses Mega-Pack heruntergeladen habe. Hier auf meinem anderen Bildschirm bekomme ich übrigens jetzt noch mal den Hinweis, dass ich das Ganze runterladen kann. Das habe ich natürlich eben gerade schon gemacht. Deswegen klicke ich hier auf Don't Show Again. Das bedeutet, beim nächsten Start wird mir dieses Fenster nicht mehr angezeigt. Und jetzt können Sie mal ein bisschen schnuppern, was hier so an Vorlagen drin ist. Dazu macht es Sinn, die Ansicht hier zu ändern. Wenn ich jetzt mal hier so schnell durchgehe, dann ist das schon ziemlich beeindruckend, was hier kostenlos angeboten wird. Sie können hier oben auch auf View gehen und können auf Load Layout Browse gehen. Dann bekommen Sie nochmal eine etwas andere Ansicht und können sich das hier mal angucken. Und wenn Sie jetzt hier mal die verschiedenen Elemente anklicken, dann bekommen Sie diese auch hier oben direkt angezeigt. Und wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns jetzt in einem Praxisbeispiel an. Ich zeige Ihnen mal als erstes, was ich erreichen möchte. Ich habe hier auf der EDIUS Timeline einen kurzen Clip liegen. Der sieht recht schön aus. Was mir aber nicht gefällt, ist, dass es dort nicht schneit. Und das werde ich jetzt mit der neuen Partikelsoftware realisieren. Ich nutze hier EDIUS. Das geht aber in der Regel auch mit jeder anderen Schnittsoftware. So, wie mache ich das? Zunächst wechsle ich mal in Partikel Illusion hinein. Hier habe ich jetzt schon eine etwas andere Ansicht, wie Sie eben gesehen haben. Das können Sie hier oben umschalten. Unter View wählen Sie zum Beispiel View Create. Um jetzt hier eine größere Ansicht zu bekommen, gehe ich wieder auf dieses Symbol. Und das Erste, was ich mache, ich kontrolliere hier mal die Einstellungen. Ich gehe hier auf View und schaue mir die Projekteinstellungen an. Das steht wahrscheinlich bei Ihnen hier auf 30 Einzelbildern. Das sollten Sie anpassen an das Projekt in Ihrer Videoschnittsoftware. Das hat was mit der Länge zu tun. Bei mir sind das 25 Bilder pro Sekunde. Ich kann hier auch die Duration angeben. Der Wert hier entspricht den Einzelbildern. In meinem Fall arbeite ich hier mit einer Full-HD-Auflösung. Das war es auch schon. Und jetzt könnte ich natürlich hier erstmal suchen, was mir gefällt. Und Sie sehen, hier gibt es wirklich eine ganze Menge an Vorlagen. Da ich aber weiß, dass ich es schneiden lassen möchte, kann ich hier einfach den Begriff Snow eingeben. Dann filtert mir hier die Software schon die entsprechenden Vorlagen heraus. Und jetzt kann ich hier einfach draufklicken. Und hier auf Play, dann bekomme ich hier oben eine V-Show angezeigt. Und hier gibt es wirklich eine ganze Menge an verschiedenen Vorlagen. Das geht hin bis zum Schneesturm. Ich entscheide mich hier für diese Vorlage. Und wenn ich die jetzt haben möchte, mache ich einfach einen Doppelklick darauf. Dadurch wird meine Vorlage hier abgelegt. Ich habe hier ganz viele Einstellmöglichkeiten, die ich anpassen könnte. Ich verzichte jetzt mal darauf, denn ich möchte einfach die Vorlage so übernehmen, wie sie mir hier vorgegeben wird. Natürlich passe ich jetzt hier noch die Größe an. Das mache ich ganz einfach, indem ich hier ziehe, damit die Schneeflocken jetzt durch das gesamte Bild gehen. Ich kann mir das Ganze hier in der Vorschau ansehen. Ja, das dürfte gut aussehen. Und um das Ganze herauszugeben, klicke ich auf Render. Hier können Sie ein Verzeichnis wählen, wo das Ganze ausgegeben werden soll. Ich gebe hier auch schon einen Namen an. Ich nenne das mal Snow Variante 01. Und jetzt habe ich hier verschiedene Preset-Vorlagen. Das sind zum Beispiel der Codec. Hier wird mit Apple ProRes gearbeitet in einem MOV-Container. Das können Sie im Prinzip alles so übernehmen. Wenn Ihre Videoschnittsoftware mit Alpha-Kanälen umgehen kann, dann sollten Sie das Ganze ja auch mit einem Alpha-Kanal herausgeben. Ich wähle hierzu ProRes 444. Das ist die höchste Auflösung. Und dazu nehme ich hier Pre-Multiplied Alpha. Das Ganze wird hier unten übernommen. Ich bleibe hier auf dem Typ. Das gibt wirklich eine sehr, sehr hohe Qualität. Und ich klicke auf Start Render. Beziehungsweise möchte ich noch einen Tipp geben. Sie können hier auch einen Motion Blur hinzugeben. Dadurch wird die Bewegung etwas weicher gestaltet. Das ist ähnlich wie eine Bewegungsunschärfe, wenn Sie Ihre Augen ganz schnell bewegen. Das sieht meistens im Compositing etwas realistischer aus. In meinem Fall verzichte ich darauf, denn die Schneeflocken sind selbst hier schon sehr unscharf. Ich starte jetzt den Render-Vorgang, indem ich hier auf Start Render klicke. Und das geht relativ zügig. Ich könnte hier auch noch entscheiden, ob ich die komplette Länge herausgebe oder nur eine bestimmte Anzahl von Einzelbildern. In meinem Fall gebe ich den kompletten Film über 300 Einzelbilder heraus. Die Überrechnung ist jetzt zu Ende. Noch ein weiterer Tipp. Wenn Ihre Schnittsoftware nicht mit Apple ProRes umgehen kann, dann können Sie hier auch einen H.264-Container wählen. Ich wechsle jetzt zurück in meine Schnittsoftware EDIUS. Wähle der Ordnungshalber einen anderen Ordner aus, Grafiken, Animationen. Und hier importiere ich jetzt meine Animation. Hier sehen Sie erstmal nichts. Das liegt daran, dass jeder Alpha-Kanal mit angezeigt wird. Aber wenn ich jetzt den Clip hier oberhalb meines Videoclips lege, dann sehen Sie schon hier, dass hier tatsächlich die Schneeflocken reingekommen sind. Ich spiele das Ganze erstmal so ab. Und da sehen Sie schon, was passiert. Ich mache es mal groß. Das hat wunderbar funktioniert. Das ist wirklich beeindruckend und es kostet, wie gesagt, absolut nichts. Bekannt ist die Particle Simulation übrigens nicht als Standalone-Version, sondern als Plugin für viele gängige Schnitt- und Animationsprogramme. Und diese können Sie natürlich auch kostenpflichtig erwerben. Sprechen Sie einfach uns oder einen anderen Fachhändler an, wenn Sie da Interesse dran haben. Im Moment kann ich Ihnen nur raten, laden Sie sich die kostenlose Version darunter, spielen Sie da mit. Da gibt es wirklich ganz tolle Vorlagen. Ergänzend möchte ich Ihnen noch erklären, wie Sie den Film herausgeben können in einem MP4-Container, also in H.264 und ohne Alpha-Kanal. Denn nicht jede Schnittsoftware kann mit MOV-Dateien umgehen und schon gar nicht mit Apple ProRes. Ich gebe hier mal eine Variante 2 an als Dateinamen, damit ich das unterscheiden kann. Und ich wähle jetzt unter Codec nicht den Apple ProRes, sondern den OpenH.264 Video-Encoder. Bei Typ kann ich hier nichts anderes auswählen. Bei Channel bleibe ich mal bei RGB. Ich könnte das Ganze auch als reinen Alpha-Kanal rausgeben, aber ich möchte Ihnen ja zeigen, wie Sie damit umgehen können, wenn Ihre Software nicht mit Alpha-Kanälen umgehen kann. Als Format wähle ich jetzt keinen MOV-Container, sondern einen MP4-Container. Und auch hier klicke ich jetzt einfach wieder auf Start Render. Das Rendering ist jetzt beendet. Ich wechsle zurück in meine Schnittsoftware. Hier habe ich den oberen Clip aus dem letzten Beispiel schon entfernt. Und jetzt importiere ich hier die zweite Version. Jetzt sehen Sie schon, das Ganze ist eine MP4-Datei, die in der Größe sich auch deutlich unterscheidet, obwohl ich eigentlich den gleichen Inhalt habe. Und wenn ich jetzt diesen Clip oberhalb über meinen Videoclip ziehe und hier einschalte, dann sehen Sie erstmal, dass ich jetzt hier nur noch meinen Schnee sehe. Und das ist logisch, denn dieser Clip hat ja keinen Alpha-Kanal. Das ist sowas wie eine Stanze, dass das Schwarze herausgestanzt wird und ich den Hintergrund sehen würde. Konkret wird das mit Helligkeitswerten gemacht, also über die Luminanz. Gut, das geht jetzt mit dieser Datei nicht. Was mache ich also? Ich versuche das Ganze zu keyen. Hier in EDIUS habe ich es ganz einfach. Wenn Ihre Schnittsoftware keine Key-Möglichkeiten hat, beziehungsweise keine Key-Vorlagen über Ebenen, dann müssen Sie gegebenenfalls das Schwarze jetzt hier herausfiltern. Hier in EDIUS habe ich es, wie gesagt, ganz einfach. Ich wechsle hier einfach auf meine Effekte. Und hier finde ich unter Keyer Mischen eine ganze Reihe von Vorlagen, wie ich bestimmte Ebenen, also Layer, miteinander kombinieren kann. Das kennen Sie vielleicht von Photoshop oder After Effects. Und hier wähle ich Bildschirm und ziehe das Ganze einfach auf die Key-Spur und lasse los. Und damit habe ich jetzt das Gleiche erreicht. Ich spiele das Ganze mal ab. Und auch hier habe ich jetzt meinen Schneefall perfekt integriert in mein Videobild. Wie Sie sehen, stehen mir hier alle Möglichkeiten offen. Wenn Sie sich für EDIUS interessieren, dann rate ich Ihnen, die Ohren zu spitzen, denn im September gibt es die nächste Version, EDIUS X. Hierzu sammeln wir alle spannende Informationen auf unserer Webseite. Schauen Sie doch mal nach. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen helfen mit diesem Video. Wenn ja, geben Sie ihm doch einen Daumen hoch und abonnieren Sie unseren Kanal. Ich bin Thomas Wagner von der Filmpraxis. Ich bin Thomas Wagner von der Filmpraxis.